Wichtig für die perfekte Rösti, die richtigen Herdöpfelsorten. Für Rösti aus Geschwellten nimmt man festkochende Herdöpfel oder auch die aus dem roten Sack. Und für eine Rösti aus rohen Herdöpfel nimmt man festkochende Herdöpfel. Was heisst das genau? Die Herdöpfel gibt es in drei verschiedenen farbigen Säcken. Es gibt die blauen, das sind die mehligkochenden, die sind nicht geeignet für Rösti. Es gibt die grünen, das sind die festkochenden, die gehen immer. Und es gibt auch die aus dem roten Sack. Die sind zwar auch mehlig, aber die sind hochtemperaturfest und gut geeignet für eine Rösti aus Geschwellten Herdöpfel.